exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren polizeieinsätze filmen nach dsgvo erlaubt kein illegaler content dsgvo erlaubt die videoaufnahmen der polizeieinsätze es ist nicht ungesetzlich zu filmen die allgemeine datenschutzverordnung dsgvo gilt als schutzschild für die bürger der europäischen union sie wurde entwickelt um die rechte der individuen hinsichtlich ihrer persönlichen daten zu stärken trotz ihrer komplexität und strengen kontrollmechanismen bleibt ein raum für interpretation offen einer dieser graubereiche betrifft die aufnahmen von polizeieinsätzen dsgvo und öffentlicher raum die dsgvo gilt in der regel für die verarbeitung personenbezogener daten es stellt sich jedoch die frage ob diese regel auch für den öffentlichen raum gilt insbesondere wenn polizeikräfte im einsatz sind hat das interesse der öffentlichkeit vorrang oder sind persönliche daten von polizeibeamtinnen und beamten geschützt laut einer jüngsten studie des instituts für medien und kommunikationspolitik ifm ist das filmen von polizeieinsätzen grundsätzlich erlaubt selbst wenn die aufnahmen ohne zustimmung der betroffenen beamten gemacht werden so ist dies von der dsgvo gedeckt diese interpretation basiert auf dem in artikel 85 der dsgvo festgelegten grundsatz des rechtmäßigen interesses der hier als öffentliches interesse ausgelegt wird videodokumentation von polizeieinsätzen als rechtmäßiges interesse die tatsache dass bürger polizeikräfte bei ihrer arbeit filmen kann als ausübung ihres rechts auf informationsfreiheit gesehen werden es besteht ein berechtigtes öffentliches interesse daran zu wissen wie polizeieinsätze durchgeführt werden und solche aufzeichnungen können als informationen dienen dieses öffentliche interesse scheint das recht auf schutz personenbezogener daten innerhalb der grenzen der dsgvo zu überwiegen das urteil des instituts für medien und kommunikationspolitik fm ist ein bedeutender fortschritt in der interpretation der dsgvo es macht deutlich dass das filmen von polizeieinsätzen unabhängig davon ob die betroffenen beamten zugestimmt haben oder nicht nicht illegal ist es handelt sich dabei um ein berechtigtes öffentliches interesse das unter die dsgvo fällt dieses urteil bedeutet jedoch nicht dass polizisten bei der ausübung ihrer pflichten unfair behandelt werden sollten jeder muss die rechte und pflichten respektieren die mit der ausübung der informationsfreiheit verbunden sind es ist wichtig zu beachten dass jegliche belästigung oder störung von polizeikräften bei der durchführung ihrer aufgaben weiterhin strafbar ist der bereich des datenschutzes ist ein komplexes sich ständig weiter entwickelndes feld es liegt in der verantwortung der bürger sich über ihre rechte und pflichten im rahmen der dsgvo und der nationalen gesetze zu informieren um im einklang mit diesen bestimmungen zu handeln quellen institut für medien und kommunikationspolitik dsgvo autorin anita farke mittwoch 1 mai 24 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen